Katzi, was machst du hier? Hm? Was denn? Da hoch! Was willst du denn da? Hm? Was willst du da gucken? Hier ist gar nichts. Hier ist nichts. Das ist dein Katzenklo. Ich bin gerade dabei, hier alles sauber zu machen. Ja, ist es auch. Also, was wolltest du hier? Du wolltest hier einfach nur kontrollieren, ob hier alles richtig läuft, ja? Willst du jetzt hier drauf, oder was? Hm? Okay. Ja. Und jetzt auf die Fensterbank? Du glaubst, du kommst hier durchs Fenster? Das passiert aber nicht. Du passt hier nicht durch. Es ist sozusagen ein vom Haus aus Kippschutzfenster. Verstehst du? Du kommst da nicht durch. Ich kann dir ja mal helfen und dich auf die Fensterbank setzen. Das geht aber auch gar nicht. Es ist zu klein, oder? Schaffst du es? Schaffst du es oder schaffst du es nicht? Ja, doch. Wir haben es hingekriegt. Aber er schaffst du es nicht dadurch. Nicht wahr? Kazo. Kazofino. Bisschen die Nase raushalten, ne? Tja. Das wird nichts. Also sogar wenn er probiert, hier hochzuspringen, der passt, vielleicht passt hier seinen Kopf durch, aber dann würde er auch abrutschen, weil das Fenster so hoch geht. Deswegen bin ich sehr zuversichtlich, dass er nicht hier in dieses Kippfenster reinspringt und ihm was passieren kann. Allerdings lasse ich das Fenster natürlich trotzdem nicht gekippt, wenn ich nicht im selben Raum bin. Weil sicher ist sicher.